September 1957 Das Kind wurde auf den Namen Alexandra-Sophie getauft, in einer besonders schönen und würdigen Zeremonie, die es gänzlich verschlief. Erst am Tag zuvor war das kleine Mädchen, aus Los Angeles kommend, in München eingetroffen, sah seine bis dahin mit akribischer Genauigkeit eingehaltenen Schlafens- und Essenszeiten völlig auf den Kopf gestellt und reagierte darauf mit einer von der ersten bis zur letzten Minute durchschrieenen Nacht. Nun war es wahrscheinlich zu erschöpft, um noch gegen das kratzige weiße Taufkleidchen, das Weihwasser auf der Stirn und den modrigen Kirchengeruch protestieren zu können. Beim Verlassen der Kirche sagte Bell Rathenberg ärgerlich, wir hätten uns einfach weigern sollen, hierher zu kommen. Alexandra ist noch zu klein. Wir hätten sie drüben taufen lassen sollen und alles wäre in Ordnung gewesen. Deine Mutter wollte nun einmal ein großes Familienfest daraus machen und das wäre in Los Angeles nicht möglich gewesen, versuchte Andreas, ihr Mann, sie zu beruhigen. Felicia Lavernier stand in der Terrassentür und beobachtete ihre Gäste. Sie waren fast alle gekommen. Ohne wichtigen Grund erteilte man der alten Patriarchin keine Absage. Felicia hatte das geräumige Bauernhaus am Ostufer des Ammersees gleich nach Kriegsende gekauft, in der Absicht einen Ort zu schaffen, an dem alle zusammenkommen konnten, die zu ihr gehörten. Sie war weder eine mütterliche noch eine fürsorgliche Frau, aber die Familie war ihr Heiligtum, was sie auf eine sehr spezielle Weise zum Ausdruck brachte, die ihr wenig Sympathie, aber eine Menge widerwillig gezollter Bewunderung eintrug. Sie war in der Lage, es über Jahre nicht zu bemerken, wenn einer ihrer nächsten Anverwandten unter Depressionen litt, aber sollte der Betreffende den Entschluss fassen, sich aufzuhängen, würde sie im letzten Moment hinstürzen und den Strick durchschneiden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017